Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute thematisiere ich unsere Stiefel, also meine Stiefel. Das sind halt die standardmäßigen Replikas von den Wehrmachtstiefeln, das ist normal die Knobelbecher mit der genagelten Sohle. In dieser Ausführung wirklich von extrem schwerer Qualität und ich muss auch sagen, auf die Art und Weise wie wir teilweise mit den Sachen umgehen, dann ist es an der Stelle wirklich mal verwunderlich, dass sich hier an diesem Stiefel kaum irgendwelche tiefgehenden Blessuren eingestellt haben. Natürlich überall, der Stiefel ist nicht schön, ich fette den auch nicht ein oder sowas, halt auch mit Kalkül, es muss halt ein bisschen benutzt und ranzig aussehen. Aber allein schon, es hat sich hier ein Nagel rausgelöst und das jetzt nach mittlerweile, ich muss lügen, vier, fünf Jahren. Das ist bei den Schnürstiefeln auf jeden Fall eine komplett andere Sache. Die sind qualitativ gut, eigentlich auch vertretbar, aber trotzdem halt nicht so voll ins Überzeugen wie die Knobelbecher von Panzerbär. Da habe ich die her. Und auch preislich, 120 Euro, komplett vertretbar, finde ich. Für Schuhwerk, das wie gesagt fünf Jahre den Urstenstrapazen aussät, ist das Geld, was man ruhig mal ausgeben kann. Ja, das war es an der Stelle von uns, was die Stiefel angeht und bis zum nächsten Video. Ja, das war es. Ja, das war es.